Nein, meine Brüste! Ähm... Uh, du stehst hier perfekt. Und der... Nein! Das war unfair! Boys, muss doch irgendwie... Gangbang! Haha! Gotcha! Wäre jetzt ein legendärer Gegner dabei gewesen, hätte ich echt Probleme gehabt. Riesen. Fuck, da ist ein legendärer Gegner dabei! So, noch easier wäre es, wenn du kurz... Ähm... Bitte, niemand klippt das. Das war... Nichts alles gut, nichts ist passiert. Okay. Ähm... Ich hätte gern Eier. Was, die kosten so viel? Wie sagt der, wenn er sinnvolle Sachen droppt, tatsächlich sehr gute Items droppt? Oh, dafür bin ich jetzt fett. Nein! Ich bin zu fett. Shit, 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 shit! Ja, 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 jawoll! Ja! Ich brauche mehr Schräglage. Komm schon! Ja! Ja! Jawoll! Jawoll! Easy! So machen können, genau. Dann lauft halt mit mir in eine andere Dimension! Bye! Happy Good Day! Das war cool. Das war cool. Das war cool. Das war cool. Ach du Kacke, das hätte Andréa singen sollen. Oh, Novgorod mag mich nicht mehr. Kiewer Russ mag mich nicht mehr. Ich bin doch gar nur in mir gelaufen. Ich guck doch nur mal. Jetzt juckt meine Kimme aber hart. Diskknife, komm im Stream! Internet, Internet. Oh, fucking God, das ist ja abgelenkt. Ähm, ähm... Nee! Musste das jetzt sein? Und jetzt...